Joho Leute, willkommen zur zweiten Folge von Vampirische Gestaltungen, die Sims 4, not a Vampire. Unsere Nachbarn, ihr wisst, die Vampire, haben ein wunderschönes Haus hingestellt bekommen, ohne Innenleben. Und ich habe mich jetzt die Tage mal darum gekümmert, das zu ändern. Das Ergebnis seht ihr hier im Video, im Zeitraffer, mit passender Musik. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das Ergebnis seht ihr hier im Video, im Video, im Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.